Assalamu alaikum liebe Zuschauer Nachdem der Andrang auf den ersten Teil so groß war, möchte ich euch auch den zweiten Teil nicht länger vorenthalten. Der User, der das Video hochgeladen hatte, schreibt ja aktuell in seinem Kanal, dass er in seinem Video erwähnt hat, dass alles eine Auslegungssache sei. Aber wenn man ein Werk wie den Koran falsch definiert, dann ist da keine Toleranzgrenze, in der ich diese Fehlinterpretation gutheißen kann. Schauen wir uns trotzdem mal an, was er noch zu bemängeln hat. An anderen Stellen heißt es sogar noch, dass es überhaupt nicht allersweise ist, ein Volk irregehen zu lassen, wenn er eben einmal den Weg gewiesen hat. Beziehungsweise in Vers 18 heißt es sogar, dass überhaupt nichts die Menschen daran hindert, zu glauben. Das heißt, wenn nichts die Menschen dahinter zu glauben kann, auch niemand die Menschen irre leiten, wie es der Teufel oder Allah machen würde. Auch das ist natürlich ein Widerspruch zu den vorherigen Aussagen. So, was sagen diese Verse denn aus? Und in welchem Zusammenhang stehen sie zueinander? Im ersten Vers heißt es, es ist nicht Allas Weise, ein Volk irregehen zu lassen, nachdem er ihm den Weg gewiesen hat. Er hätte ihm denn zuvor klargemacht, wovor er sich zu hüten habe. Wahrlich, Allah weiß alle Dinge wohl. Das Wort nachdem in diesem Vers stellt eine Überleitung zwischen einer bereits abgeschlossenen und einer darauffolgenden Handlung dar. Allah sagt, er lässt ein Volk nicht irregehen, nachdem er ihm den Weg gewiesen habe. Das heißt, es muss zuvor eine Situation bestanden haben, die es erforderlich gemacht hat, dass Allah es zurechtweisen musste. Was wiederum voraussetzt, dass es vom richtigen Wege abgekommen sein muss, weil es sonst ja keine Rechtleitung gebraucht hätte. Logischer als das kann ein Sachverhalt doch nicht sein. Allah spricht das Volk direkt an, nachdem Allah das Volk durch seine Gnade errettet hat. Weil dieses aus den Fehlern gelernt hat, lässt Allah genau dieses Volk nicht noch einmal den falschen Weg beschreiten. Und hier kann man sich jetzt die Frage stellen, wodurch dieses Volk zum Beispiel gelernt hat und was ihm die Augen geöffnet hat. Und hier knüpft jetzt der andere Vers an, den der User hier aber als Widerspruch anführt. Hier lasse ich mal den eingebetteten Nebensatz, der eigentlich nur zur Verdeutlichung des Verses integriert ist. Zweck dieser besagt, dass nichts die Menschen daran hinderte zu glauben, bis das Beispiel des frühen Übersieg kam oder die Strafe ihnen offen vor Augen gestellt würde. Ja, denn diese Konfrontation mit der Sanktion für ihr Verhalten hat schon einige Völker vor dem Unterhangen bewahrt. Allah schickt zu all seinen Völkern Führer. Doch wenn diese den Gesandten Allahs ablehnen, ihn verspotten und verhöhnen, zeigt Allah seine Macht und verdeutlicht, was er schon zuvor mit anderen gemacht hat, die denselben Weg beschritten hatten. Und glücklich und auserwählt sind dann diejenigen, denen dies als Warnung ausreicht. Ja, nur darauf bezieht sich der Vers und stellt auch in diesem Fall keinen Gegensatz dar. So ist es heute im Islam ja auch. Allah hat durch den Propheten Muhammad SAW die Religion vollendet. Obwohl er diesen Gesandten schickte, gibt das Völker und selbst im Islam noch Gruppierungen, die sich von der Grundlehre abgewandt haben. So ist das unzähligen Völkern vor uns auch schon ergangen. Und weil es immer wieder der gleiche Ablauf ist, hat Allah die Wiederkunft des Messias versprochen und hat diese auch eingehalten. Er sagt im Koran auch, dass alle Gesandten, die er schickt, auch Nachfolger bekommen, die in deren Namen kommen, um die Religion aufzufrischen. Jeder von uns kennt das, dass wir Gelerntes nur behalten, wenn wir unser Wissen regelmäßig aktualisieren und es uns immer wieder vor Augen führen. Und so ist es mit dem Glauben auch. Allah sagt ergänzend hierzu, Verheißen hat Allah denen unter euch, die Glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihm waren, zu Nachfolgern machte und dass er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat und dass er gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln wird. Sie werden mich verehren und sie werden mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das werden die Empörer sein. Der Grund, warum er Nachfolger macht, ist derjenige, dass Menschen nun mal schwach sind. Mit der Zeit werden sie nachlässig, verdrängen den Glauben und die Religion in den Hintergrund, gedenken Allah vielleicht nur in schlechten Zeiten. Und um all dem präventiv entgegenzuwirken oder all diese vorherrschenden Verhaltensweisen in einer Gesellschaft anzugehen, kommen Nachfolger eines Propheten. Sie reformieren die Grundlehre und treten als Wahne auf. Allah schickt sie, um Völker vor dem Untergang zu bewahren. Er ist nicht darauf aus, Menschen zu vernichten, weil er keine Lust mehr auf sie hat. Er ist barmherzig, er vergibt, wenn er sieht, dass man Reue zeigt. Und das ist der Grund, warum Propheten kommen, weil sie göttliche Offenbarungen an die Menschheit bringen und darauf hinweisen, dass trotz aller weltlichen Angelegenheiten es noch was Größeres gibt, wozu wir erschaffen worden sind. In der Historie sehen wir, dass ganze Volksstämme diese Warnung nicht ernst genommen haben, sodass Allah sie vernichtet hat und neue Menschen erschaffen hat. Aber viele nehmen sich das als Beispiel. Und genau darauf wird in dem Vers, den der User hier als Widerspruch darstellen will, Bezug genommen. Und eigentlich müsste das jetzt auch ausreichen, denn bisher ist ja jeder seiner Vergleiche irgendwie nach hinten losgegangen. Nirgends konnten wir Widersprüche feststellen und sicherlich wird sich das auch bei den anderen Argumenten seinerseits jetzt fortsetzen. Ich will euch die nächste Peinlichkeit aber nicht vorenthalten. Schaut selbst, was er bemängelt. Im nächsten Beispiel geht es um die Frage, ob jetzt Himmel oder Erde zuerst erschaffen wurden. So heißt es in Surah 2, dass Allah erst alles auf Erden erschuf und danach wandte er sich an den Himmel und veränderte die sieben Himmel. Im Vergleich dazu heißt es in Surah 79, dass Allah quasi den Himmel in die Höhe gehoben hat und ihn vollkommen gemacht hat und dann machte er die Nacht finster und ließ Tageslicht hervorgehen und währenddessen breitet er die Erde aus. Und was sehr lustig ist, ist die islamische Erklärung hierzu bei einigen Tafsirs. Die sieht nämlich so aus, dass die Erde zwar zuerst erschaffen wurde, aber von Allah eben erst danach ausgebreitet wurde. Das kann man sich jetzt vorstellen, wie man möchte. Er ist es, der alles für euch erschuf, was auf Erden ist. Dann wandte er sich nach dem Himmel. Er vollendete deren sieben Himmel und er weiß alle Dinge wohl. Dann heißt es, er hat seine Höhe gehoben und dann ihn vollkommen gemacht und er machte seine Nacht finster und ließ sein Tageslicht hervorgehen und währenddessen breitet er die Erde aus. So, und jetzt frage ich alle, die aufmerksam mitgelesen haben, wo denn im ersten Vers steht, dass Allah die Erde erschaffen hat, bevor er die Himmel schuf. Ja, es ist aus beiden Versen nirgends eine chronologische Reihenfolge zu ersehen. Ich lese aus dem Koranfest folgendes heraus. Er ist es, der alles für euch erschuf, was auf Erden ist. Was ist denn alles auf Erden? Blumen, Bäume, Biene, Bienen und unzählige andere Dinge auch. Aber hier ist nirgends die Rede von, dass er zuerst die Erde und dann die Himmel erschuf oder umgekehrt. Und den Widerspruch, den er andeuten will, hebt sich damit schon von alleine wieder auf. Im anderen Vers steht nämlich, dass er den Himmel vollkommen machte und anschließend die Erde ausbreitete. Von Erschaffung ist hier gar nicht die Rede. Außerdem wird hier nicht von Materiellem gesprochen, sondern von der Eigenschaft, die die Himmel und die Erde haben. Dessen Entstehung und deren Aufgabenverteilung wird hier benannt. Was die Erde alles hervorbringt. Und dann widmet Allah sich dem Himmel zu und macht ihn vollkommen. Indem er ihn mit seiner Aufgabe füllt und nicht, wie er den Himmel und die Erde in deren physikalischen Form errichtet. Dazu werde ich aber gesondert nochmal ein Video erstellen, welches sich mit der Entstehungsgeschichte befasst. Doch bis dahin kann sich jeder Zuschauer selbst an dieser Stelle denken, dass aktives Lesen solche Eskapaden vermeidet. Und wir uns sowas in Zukunft eigentlich ersparen könnten. Doch wenn man des Lesens mächtig wäre, würde sowas nicht passieren. Bevor es aber noch Nachahmungstäter gibt, werde ich auch noch den Rest aufzeigen und beweisen, dass keines der Verse im Haring-Goran sich widerspricht. Wir gehen über zu der Entstehungsgeschichte. Ich werde die Verse anhand der Ahmadiyya-Übersetzung erläutern, weil ich denke, dass sie einfach treffender formuliert sind. Doch vorher zeige ich noch, wie es in seinem Video steht. Etwas problematisch sind auch die Zeitangaben der Dauer der Erschaffung von Himmel und Erde. Das heißt zum Beispiel in Surah 7, aber auch in anderen, dass eben das Erschaffen von Himmel und Erde zusammen 6 Tage gedauert hat, während zum Beispiel in Surah 41, da wird eben detailliert aufgeführt, was wie lange gedauert hat. Und da heißt es, dass das Erschaffen der Erde 2 Tage gedauert hat, dann verschiedene Dinge auf der Erde 4 Tage und das Erschaffen der Himmel 2 Tage. Wenn man das zusammenzählt, kommt man natürlich auf 8 Tage und einige Muslime erklären das so, dass sie sagen, von diesen 8 Tagen sind gewisse Dinge gleichzeitig passiert und dadurch kommt man auf 6. Aber das steht natürlich nicht explizit so da und so ist es zumindest eine etwas problematische Stelle, die schon etwas widersprüchlich wirkt. In der Version des Users hier werden die Perioden der Entstehung in Tagen unterteilt, wobei die korrekte Übersetzung mit dem Wort Zeiten und nicht Tagen transferiert hätte werden sollen. Die angekreideten Verse lauten demnach wie folgt, Siehe, euer Herr ist Allah, der in 6 Zeiten die Himmel und die Erde erschuf. Dann setzt er sich auf den Thron. Er lässt die Nacht den Tag verhüllen, der ihr eilens folgt. Und er erschuf die Sonne und den Mond und die Sterne, seinem Gesetz dienstbar. Wahrlich sein ist die Schöpfung und das Gesetz. Segenreich ist Allah, der Herr der Welten. Sprich, leugnet ihr denn wirklich, der die Erde schuf in 2 Zeiten und dichtet ihr ihm Nebengötter an? Er ist nur der Herr der Welten. Er gründete in ihr feste Berge, die sie überragen, und legte Überfluss in sie und ordnet auf ihr in richtigem Verhältnis ihre Nahrung in 4 Zeiten, gleichmäßig für die Suchenden. So vollendete er sie als sieben Himmel in 2 Zeiten, und in jedem Himmel wies er seine Aufgabe an. Und wir schmückten den untersten Himmel mit Leuchten, und als Schutz, das ist der Ratschluss des Allmächtigen, des Allwissenden. So, die Beanstandung, dass eins nach dem anderen gemacht werden muss, damit die Rechnung von 6 Zeiten aufgeht, rührt wohl daher, dass hier der Geist noch nie was von Multitasking gehört hat. Das wäre nämlich die vereinfachte Form dessen, wie Allah die Erschaffung vollzogen hat. Stellt euch mal vor, man kann tatsächlich mehrere Dinge gleichzeitig machen. Oder verrichtet ihr pro Tag nur eine einzige Tat? Der hier mit Zeiten übersetzte Begriff heißt im arabischen Ayyam, was der Plural von Yaum ist. Yaum bedeutet der Tag, allerdings kann man hier aber nicht den menschlichen Maßstab von einem 24-stündigen Tag nehmen. Der heilige Koran erwähnt die Zeitdauer eines Tages bei Gott manchmal als 1000 Jahre, oder aber auch als 50.000 Jahre. So wie der Begriff hier gemeint ist, bezeichnet er eine nicht genau definierte Zeitspanne. Die Materie ist gemäß den Lehren des heiligen Korans nicht ewig und somit auch nicht schon immer da. Raum und Zeit, stellte selbst Einstein fest, sind eine Wahrnehmungssache und werden von jedem unterschiedlich wahrgenommen. Allahs Tage umfassen somit bei weitem mehr als 24 Stunden. Und da er in diesem Vers nicht mal von Tagen, sondern Zeiten spricht, hat auch der Widerrufsgeist sich hier aufgelöst. Aber dieses Denken über den eigenen Tellerrand hinweg, hat sich in der heutigen Mitläufergesellschaft zurückentwickelt. Es ist genauso, wie ich in meinem ersten Video sagte, bestimmte Verhaltensweisen oder Körperteile bilden sich im Laufe der Zeit zurück. Je weniger man sie einsetzt, umso mehr verstauben sie und bilden sich zurück. Eigenständiges Denken und Hinterfragen sind ein seltenes Gut geworden. Sie sind zwar heiß begehrt, wie jede Mangelware, doch der Preis ist hoch. Man müsste sich ja mit so vielen Dingen auseinandersetzen und selbst nachforschen. Wer macht sich heute schon die Mühe? Alles ist vorgefertigt und vorgedacht, von anderen hier im Netz zu finden. In unserer bequemen Gesellschaft greifen selbst führende Politiker, wie einst unser Verteidigungsminister, auf Wissen von anderen zurück, ohne dies zu kennzeichnen. Was soll man also von dem Otto-Normalverbraucher erwarten? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!